Selkom! Na, habt ihr mich vermisst? Viele von euch werden sich fragen, wo war ich die letzten Monate? Wo war ich den letzten Monat? Warum kam quasi nichts mehr, abgesehen von ein paar Videos mal zur WM? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte keinen Bock auf YouTube. Und zwar absolut nicht. Das liegt teilweise zugegebenermaßen an euch, aber zum größten Teil an mir. Denn ganz ehrlich, was soll man momentan auf YouTube bringen? Wir haben Sommerloch, was Fußball angeht. Es gibt nur Transferspekulationen oder Transfergerüchte oder irgendwas, was im Endeffekt sich meistens als unwahr herausstellt. Oder es gibt Transfers und die bekommt ihr so oder so alle mit. Und die Analysen wirklich zu den Teams, die kommen jetzt im August. Beziehungsweise da lohnt es sich jetzt erst, wo die Transferphase sich langsam den Ende zuneigt. Vor allem in England. Nichtsdestotrotz, jetzt kommen wieder Videos. Aber auch vor allem, ich hatte echt viel aufgenommen. Ich war in England zwischenzeitlich für meine Graduation. Ich war beim Wrestling, alles Mögliche. Aber ich hatte weder Nerv, noch Bock, noch Zeit, noch irgendwie die Fähigkeiten bei diesem Wetter. Irgendwas zu schneiden in der Richtung. Allerdings habe ich es jetzt. Beziehungsweise, naja, es gibt ein Video. Und zwar das hier. Und ich zeige euch jetzt ganz kurz mal, was ich im letzten Monat, beziehungsweise in den letzten Monaten so gemacht habe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Also ich hatte bisher einen wirklich guten Sommer, kann man nichts gegen sagen. Für alle die, die sich fragen, Max, was machst du jetzt nach dem Studium? Ich arbeite momentan bei Sennheiser, beziehungsweise habe ich bei Sennheiser gearbeitet und werde da wahrscheinlich auch weiterarbeiten. Mal sehen, das entscheidet sich innerhalb der nächsten Woche und ich bin sehr gespannt, was allgemein in den nächsten Wochen so bringt. Es gab heute auch leider schlechte Nachrichten und zwar Fußball betreffend. Denn nicht nur hat sich wahrscheinlich Martin Oedegaard ein bisschen verletzt oder irgendwie sowas in der Richtung. Der wurde nämlich nach seiner Einwechslung direkt wieder ausgewechselt nach 30 Minuten der zweiten Halbzeit bei der Testspielniederlage von Madrid. Nein! Übrigens, zum Thema Ronaldo kommt noch ein Video, keine Sorge. Nein, auch Timo Hübers, den ich ja sehr feiere, wie einige von euch wissen. Der Innenverteidiger von 96, der zum Ende der letzten Saison hinsichtlich richtig in Namen gemacht hat. Auch der hat sich leider verletzt. Und zwar hat er sich erneut das Kreuzband gerissen. Ich glaube, diesmal das andere, aber auf jeden Fall fällt der jetzt erstmal längere Zeit aus. Und das natürlich Extrembitter für ihn, Extrembitter für 96. Heißt automatisch, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Scher ist mittlerweile schon gewechselt. Das wird jetzt interessant zu sehen, wen hält Kind und Breitenreiter. Dann wollen Breitenreiter sowieso noch einen Innenverteidiger. Ich kann übrigens nicht mehr reden, ihr merkt das. Deswegen wird das ja sehr spannend zu sehen, wen wir denn da holen. Aber das wird schon irgendwie. Wir kriegen das schon hin. Eigentlich bin ich mit der Vorbereitung bisher sehr zufrieden und habe ein sehr gutes Gefühl, was 96 angeht. Auch bekomme ich nächste Woche mein neues Auto. Und auch das werdet ihr natürlich sehen. Ich werde wahrscheinlich nicht bei der Abholung filmen oder sowas. Aber ihr werdet auf jeden Fall sehen, was für ein Auto ist. Ich sage jetzt noch nichts. Und das wird ganz cool werden. Ich werde auch übernächste Woche, ne nächste Woche auch schon, sozusagen in meinen kleinen Urlaub fahren. Auch das werde ich nicht zu doll filmen mit meiner Freundin zusammen. Ich denke mal, ist ja klar, dass ich das nicht so großartig filmen will. Aber ihr werdet auf jeden Fall ein bisschen was davon sehen. Und ja, ich denke, das könnte ganz cool werden. Für den Moment reicht das, glaube ich, erstmal. Ich bin wieder da. Ihr werdet Videos sehen. Ich weiß nicht, was für Videos die nächsten Tage kommen werden. Das kommt auf Zeit an, kommt auf Bock an, kommt auf Wetter an. Grundsätzlich, Rating Predictions hatte ich geplant. Weiß noch nicht, ob ich das wirklich machen möchte. Aber auf jeden Fall werden Analysen zu den Transfers bzw. den Kadern aller Bundesliga-Klubs kommen, wie letzte Saison. Vielleicht noch wieder was zu den Trikots. Vielleicht noch was zur 2. Liga. Tendenziell, aber eher weniger. Es sind ja nur noch, ich weiß gar nicht, 24 Tage bis zum Bundesliga-Hauftakt oder sowas. Das bin mir nicht 100% sicher. Ich weiß gar nicht, wann die Bundesliga losgeht. Aber auf jeden Fall werden in den nächsten 18 Tagen 18 Videos kommen zur Bundesliga für die einzelnen Vereine. Und darauf könnt ihr euch freuen. Das wird in der Tabellenordnung alphabetisch gelistet sein. Und es kommt noch eine Prognose für die ganze Saison und sowas. Also alles zur Bundesliga. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schmelzt nicht weg bei dem Wetter draußen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.